Nur wenn Sie den Hellentod sterben wollen. Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Widerstand in den Weg gelegt! Es hat er gut daran getan! Der Russe steht zwölf Kilometer vorm Stadtkampf und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Dann soll die Armee klart machen! Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greiming Gürzer, tausende modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereits stehen, in den Rücken. Feige rein! Stalin! Ah, Monke. Mein Führer? Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Da ist er nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird. Güring! Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Und stößt auf Starnsdorf vor. Ah! Widerstand! Ich habe weggelegt! Ich hätte gut daran getan! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Soll er halt uns darin hindern, selbstständig zu denken? Bringen Sie mir Fägel ein! Bitte? Ein paar Vanille-Faul-Pilz! Fägel ein! Ha! 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 Er wähnt sich bereits als Sieg, aber Sie werden sie in Greim wieder schlagkräftig machen. Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Die Generalität ist das geschmeißene Stolzchen Stalin! Ich verliere von der Akademie. Doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Himmler! Mein Führer? Wenk hat der Roten Armee absolut nichts dagegen zu setzen! Da würde ich das nicht halten können, Berlin ist am Ende. Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Verrat! Ja! Es muss wieder Schwung in dieser Ölgebiete wiederbekommen. Stalin! Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Stalin! Aat! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe! Steiger, es war ein Befehl! Dann entblößen wir die Westfront! Sie ist ohne Ehren! Es schwor ein ungeheuer Verrat geübtem deutschen Volke! Der ich heute den ersten Drehtag habe. Von Bitz! Ha ha ha! Stalin! Daunt! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe! Ha ha ha! Dann entblößen wir die Westfront! Ha ha ha! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Ha ha ha! Holen Sie mir, Fegelein! Verbitte mir diesen Ton! Ha ha ha! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie ver... Ja, ist das denn wahnsinnig geworden? Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage! Bitte bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Göring ist der Mann auf der Stelle hinzurechten. Ich will, dass Göring sofort entbachtet wird und alle Mütter aufgibt. Früher oder später werden die Westmächte einsehen, dass nur wir, die Bolschewisten, aufhalten können. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. Stalin! Jaaaaaa! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Ich, 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 ich... Dann soll die Armee im Kehrwacht! Ha 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 ha, ich... Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Göring! Wir sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Strecke. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufringen. Feigerei! Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Die müssen evakuiert werden. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederzverrächtiger Treue oder Feigling. Feigerei! Stalin! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Der Krieg ist verloren. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Verrat an meiner Person! An meiner Person! Bringen Sie mir Feigelei! 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 Feigelei!